Hallo und willkommen zu einer neuen Folge, wie du bist mit Marco da drüben unter mir hier ja und wir bauen weiter unsere scheiße fabrik ja scheiße fabrik beziehungsweise ich brauche essen erstmal darf ich die kür töten nein komm schon nein komm schon nur eine die gibt viele steaks du kannst ein breeder bauen dann kannst du sie töten breeder breeder ich gehe zu maggie ihr wartet schon alle alle schon gewachsen sehr gut du kriegst essen du kriegst essen du kriegst essen oh du 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 scheiße jetzt bin ich reingefallen das ist so geil seit wir dieses ding haben jedes mal wenn du in das in den käfig reinguckst fällst du rein dann sagt er nichts reise das ist wie ich gestern die die anderen videos gerendert habe habe ich es gesehen jedes mal hat es dich da reingefallen ist er warum rülpst er beim kartoffeln pflanzen ich check das nicht der rülpst beim kartoffeln pflanzt ja wenn ich ganz schnell kartoffeln pflanze dann rülpst er manchmal hat er Päuerchen gemacht ja mal ich habe es jetzt so gemacht der gerät kommt aber da weiß ich nicht wohin soll die kacke so von oben rein fließen ja ja teuer müssen wir voll den act brauche ich da jetzt ja deswegen kannst du auch ruhig weiter weg bauen den container da gell ja habe ich ich habe noch ein bisschen weiter weg wir haben mehr platz doch dörte da ist dörte nehmen wir mit nein nein das sind die markierungen wo was stehen soll brauchst nicht so viel markierung ja nimm von mir sack das ist immer mit diesen amateuren hier arbeiten danke pseudo minecrafter ordnung muss sein marco ordnung muss sein ich habe es jetzt einfach hier zwei käschen noch weiter weg ach so jetzt brauche ich ja waterproof vibes äh so was wird das hier jetzt machen das wird uns leaves richtig abbauen ja oder braucht das hier das nicht so oder ne ach wir brauchen viel mehr automatisiertes zeug ähm genau dazu vor allem eine kaktusfarmer zu automatisieren obwohl es noch das einfachste ist ähm ups äh kaki kaki give me more kaki so holz äh holz rot 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 nein rot so ok ähm dann nein 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 ach egal macht mich reich meine kaktänen das ist der harvester oder ja so und dann unsere goldvorräte gehen langsam zur neige gell gold ja wir haben nur drei stacks oder so wieso mal wie viel gold goldpipes da rumliegen ja ich dachte wir haben da so viel ja hatten wir du sollst es nicht essen Marco aber ich dachte gold lecker äh so und dann jetzt fängt hier so einen spacken bei uns mit dem laubbläser da rum zu links an vor dem haus man hört nichts ich hör zu nichts äh supplings 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 gib mir supplings supplings da dann da einen rein so der gerät baut supplings und holz ab geht da rein da da genau das holz geht weiter und wird hier raus sortiert blätter gehen da lang ja äh das wird es wahrscheinlich einpflanzen oder ja da ist er sehr geil äh ich verteile lieber die Kakteen von alleine weil das bringt irgendwie gar nichts in der Anlage würdest du mal irgendeinen Tag gehen wo du nicht rum heulst ja steh einfach nicht auf das Zeug hier genauso wenig wie du auf in das Spiel stehst nein ich automatisiere nur gerne langsam so ja weil du die Kaktusfarmen ja auch jedes Mal wenn du vorbeigehst abeenden müsstest dann hättest du jetzt halt genug äh macht ja nichts die braucht einfach nur lange zum verbrennen ja aber würdest du es ja unterwegs machen wenn du eh grad nichts machst dann würde es ja gehen hast du den Strom ausgeschalten könnte es sein nein ja doch habe ich äh ich habe zuerst nein sagen äh ich hab nix der gemacht wieder an äh 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 sooo Ah ne wir haben ja ganz viel barrels oh habe ich das jetzt verarbeitet so wir haben bei barrels immer von oben rein gell ja dann baue ich uns mal noch ein bisschen golden pipes ja ich bräuchte ein paar goldene normale ja sehr sehr wenig sehr sehr ist es nicht doch also wenn du dich wegen den öfen beschwerst alter die fressen vier mj mann ich mein von der geschwindigkeit die öfen arbeiten halt auch noch hier wird mit strom kriegst strom kriegst 160 bombfarm arbeitet ganz mit mobs geschwindigkeit hier jetzt hast du strom mehr als genug warum liegt hier so viel glas irgendwie an der werkbench deswegen weil ich da gerade war und dann den generator weiter aufgemacht habe aufgedreht hat eine äh so oh gott oh gott oh gott jetzt kommt so viel was hast du brauchst du? zu schnell äh ein paar goldenen könnte ich irgendwann gebrauchen also eben nicht unbedingt jetzt aber irgendwann da mal meint er ob du waterproof oder conductive brauchst? äh normal normal gar nichts hier für die dinge halt Oh, shit Da fällt mir ja gerade ein Da werden Dinge rausploppen, oder? Gut, zum Henker Okay, aber es funktioniert Brauche ich jetzt mal nicken What the heck Es sind irgendwie gerade acht Golden Pipes verschwunden Die müssen hier irgendwo rumliegen Habe ich gerade noch so einen Zirkus rausgebaut Keine Ahnung Ich habe sie nicht Die sind eiskalt verschwunden What the heck Egal, ich wollte gerade acht Stück hinwerfen, aber Die hast du bestimmt noch irgendwo Ich habe sie dir schon wieder hingeworfen Hä, die verschwinden Ah, da Wie viel sind das? 48 What the heck Ich kann es nicht Ja, jetzt geht's Das ist so Verpackte Scheiß Ist ja auch Ultimate, ne? Äh, jup, jup Ausgerechnet Ähm So, da brauche ich ja wieder Eisenpipes Es ist dunkel, Adam Es ist dunkel, wir müssen schlafen Schlafen Ich höre mal volles Echo bei dir Nicht ganz laut schreien Echt jetzt? Ne, nur wenn du redest und ich laut schrei So Doing Doing, jetzt denken die Leute, ich spieße mit Boxen Au, 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 au Nein, tu ich nicht Ähm, ja, okay Dann, die Kacke Farm, läuft die schon? Nein Äh Ich muss noch sehen, sie über was überlegen Aus was für ein Material bauen wird das? Keine Ahnung Äh Ja, ist schon eine wichtige Frage Wo ist der Ranch? Äh, Marble Haben wir gerade nicht da Übersalt Auch nicht Schnee Du willst doch Schnee bauen Das ist halt wenigstens weiß Wir brauchen irgendwas Weißes Eisen und so ein Zeug haben wir ja nicht so viel Doch Eisen haben wir genug Gebäude haben wir nicht genug Ja, aber nicht so viel, dass wir hier Sechs Gebäude bauen können Da könntest du recht haben Äh, ja, hast du noch eine Idee? Mir fällt da halt immer Schnee ein Weil das ist am einfachsten zu kriegen Ich mag's nicht Ich mag den Schnee Ja, aber was dann? Gute Frage Ja, die müssen wir jetzt klären Ähm 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 Stahlblöcke, oder? Ja Stahl Was, was nochmal? Aus den Tankblöcken, oder was? Aus den Tankwalls Warum sehen die scheiße aus? Die haben so einen schwulen Rand Sieht aus wie so Jalousien Oder so ein Zeug Finde ich Schnee tausendmal schöner Ich da jetzt die Pipe hoch Ähm Magic Ja, mir fällt echt nix ein So, das ist ja hier voll scheiße Das hab ich ja kacke gemacht So geht das natürlich nicht Äh, ja, ja, ja Andere Vorschläge, Marco Äh Keine Ahnung Gibt genug Building Blocks Könntest du es nice haben, oder? Ja, hell Schön hell So sieht es wie eine Fabrik Oder so, oder? Ganz aus Gab es doch Keine Ahnung Hell sieht es aus Im Krankenhaus In der Fabrik Sitz nicht hell aus Ach, Atomkraftwerk Schon mal Atomkraftwerk gesehen? Ganz aufgeräumt und sauber alles Äh Äh Krankenhaus? Du magst nicht hell? Ja, keine Ahnung Im Stall ist es nicht hell Im Stall ist es dunkel Nicht dunkel, aber Das ist ja kein Stall Das soll ja so eine Abzock-Tier-Quäler-Anlage werden Da ist es hell drin Ja Ich weiß schon doch Wie in den ganzen Filmen immer Wo sie irgendwie Tiere so Dings Dann so So im Labor halten Oder so Wie ein Labor halt, genau Ein Labor ist immer hell Wie ein Planeten Affen Da sind sie in den Käfigen Nein, Labor Das war ja ein Tierzüchter Labor halt Da machen wir die hässlichen Cleanstorm Slaps Und du nix sagst Passt Das ist eh eine automatisierte Farm Ne Das ist nicht ein neues Rezept Achso, wir brauchen noch zwei Slaps Hm So Schön, die Eisenpipe bis hier Machen Zacka, zacka, zacka So Okay Drehen wir das noch schön Perfekt Das hat dann wieder auch der Boden Und die Wand Und alles aus dem gleichen Das ist auch irgendwie nicht Stone Wo haben wir dieses Concrete Oder wie das hier ist Äh Da ist es nicht Ne Äh, da Braucht man das noch mal Stone Ah, das war auch teuer Ah ne, drei Ah ja, obwohl das geht Dann bauen wir das Ist noch schnell abgebaut Ist cool Okay Kann losgehen Wir machen Los 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 Tot Los 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 Qu Inte Los